Lohnt sich eine Familiengesellschaft? Welche Punkte sind zu beachten? Was sind vor allem die Hausaufgaben, die angestellt und erledigt werden sollten, bevor man in die Umsetzung geht? Diese Themen wollen wir uns in dem heutigen Video betrachten. Zunächst die Motive für eine Familiengesellschaft sind typischerweise hier aufgeführt. Sie können das an dieser Stelle nachvollziehen. Man will die Juniorengeneration an die Verwaltung von Vermögen heranführen, sei es die Betreuung von Vermögenswerten wie Immobilien, aber auch natürlich das Unternehmen. Das Familienunternehmen kann hier relevant sein. Es soll zu geplanten Zeitpunkten Vermögen übertragen werden, also nicht zu warten, bis der Tod, der vom Zeitpunkt nicht kalkulierbar ist, eintritt, sondern man möchte bewusst mit warmer Hand die Situation selbstbestimmt gestalten. Ein anderer Aspekt, das Vermögen soll zusammengehalten werden, der Schutz vor Zersplitterung, aber insbesondere auch ein oft genanntes Thema Schenkungs- und Erbschaftssteuerliche Optimierung, respektive auch die Thematik zu sagen, Einkommensquellen im Familienkontext so verteilen, dass ein sogenanntes Familiensplitting greift, was im Wesentlichen dem Aspekt dient, die grundfreie Beträge bei Familienmitgliedern, die über kein Einkommen verfügen, hier entsprechend zu nutzen. Am Ende geht es also darum, Vermögen oder Erträge zu verteilen, aber sich gleichzeitig als abgebende Generation entsprechende Anteile an den Erträgen zu sichern, aber vor allem auch die Bestimmung über das Vermögen weitestgehend zu erhalten, zumindest im Rahmen der Restriktion, die das Gesetz bietet. Also von daher auch ganz klar, man möchte die Instrumente nutzen, die insbesondere das Gesellschaftsrecht bietet, flankiert mit entsprechenden Regelungen in Schenkungsverträgen, um eben Vermögen im Familienkontext zu verteilen, nicht nur vor dem Hintergrund Schenkungs- und Erbschaftssteuerlicher Überlegungen, sondern auch, wenn wir zukünftig vielleicht mehr über das Thema einmalige Vermögensabgabe, respektive Vermögensteuern diskutieren, auch dieses Damoklesschwert wird ja oft diskutiert und hochgekocht, dann kann es natürlich sinnvoll sein, Vermögen im Familienkontext zu verteilen, eben weil es aus dieser Betrachtung der Vermögensteuer einen Unterschied machen kann, ob Sie eine Person haben, die über 10 Millionen Euro steuerlichen Wert verfügt, aus der Vermögensperspektive, oder ob Sie eben vier Personen haben, die jeweils über 2,5 Millionen Euro verfügen. Von daher viele Elemente, die wir aus der vorweggenommenen Erbfolge kennen, aus der Vermögensplanung für vermögende Familien, die könnten auch dann greifen, wenn wir über latente Vermögensteuern oder Vermögensabgaben sprechen. Im Kern hier mal eine Übersicht, die zeigt, welche Varianten es gibt. Also wir haben zunächst, und das ist überhaupt das wesentliche Thema, auch wenn oft aus der steuerlichen Perspektive gedacht wird, die Sicherstellung der Lebensplanung ist elementar. Das Thema Finanzplanung spielt eine ganz wesentliche Rolle. Wir haben dann individuelle Zielvorstellungen, Kontrolle behalten und Erträge sichern. Und dann kann ich eben über ein Wertpöp-Depot agieren, kann es mit einem Niesbrauch flankieren oder ich nutze niedrige Börsenkurse, um zu schenken, um die weitere Aufholung der Kurswerte oder auch Zinsen bereits bei der jüngeren Generation entstehen zu lassen. Aber der Kernfamiliengesellschaft ist natürlich dann die Frage Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft und da hängt es sehr stark davon ab, welche Vermögenswerte im Rahmen der Gesellschaft geführt werden sollen. Sind es vermietete Immobilien, bei denen ich eigentlich steuerlich im Privatvermögen bleiben möchte? Also wirklich im steuerlichen Sinne geht es mir darum, eigentlich die Vorteile zu nutzen, die vielleicht die erweiterte gewerbesteuerliche Grundstückskürzung auf der GmbH-Ebene bietet. Also von daher abgeleitet aus den wirtschaftlichen Vorstellungen der Vermögenstrukturierung und aus den vorhandenen Vermögenswerten und den geplanten Anlagestrategien für die Zukunft resultieren typischerweise die entsprechenden Überlegungen zur sinnvollen Rechtsform. Häufig, das sehen wir, werden beide Formen kombiniert. Und auch ein Thema, was oft nicht genutzt wird, die sogenannte Versicherungslösung, auch die kann sehr viele Vorteile bieten. Das Image ist nicht ganz so gut, weil der Begriff Versicherung oft negativ besetzt ist. Aber was man sagen muss, ein sehr intelligentes Werkzeug in der Nachfolgeplanung und auch in der Besteuerungslogik häufig sehr, sehr interessant und noch dazu relativ kosteneffizient im Vergleich zu anderen Varianten. Von daher soll doch die Versicherungslösung mit ihren vielfaltigen Gestaltungsmöglichkeiten, ausgesplitteter VN-Eigenschaft und ähnliches auch immer in die Überlegungen zur Gestaltung der Vermögensnachfolge oder der Übertragung einbezogen werden. Auch das Thema Einkommen, steuerfreie Todesverleistung kann ein sehr interessanter Aspekt sein, wenn man eben langfristig denkt. Wenn wir aber dann bei der Familiengesellschaft sind, sehen wir bei den Fragen zur Rechtsform und die typischen Fragen, die hier diskutiert werden sollten im Zusammenspiel aus Steuerberater, rechtlichen Berater und Finanzdienstleister, Finanzplaner oder Vermögensstrukturberater. Die sehen Sie hier aufgeführt. Zunächst natürlich Thema Umfang der persönlichen Haftung der Gesellschafter. Wer soll eigentlich zur Geschäftsführung eingesetzt werden können? Auch das ein wichtiger Aspekt. Nur Eigengeschäftsführung durch Gesellschafter oder auch Fremdgeschäftsführung. Dann natürlich die Frage, welche Vermögenswerte sind vorhanden? Wie sind die steuerlich verstrickt? Das hatten wir eben schon. Welche Einkommensarten wollen wir haben? Denken Sie an das Thema Investmentfonds, unterschiedliche Teilfreistellungssätze, je nachdem, wo Sie Gelder allokieren. Denken Sie an das Schachtelprivileg bei Erträgen aus Aktien. Denken Sie vielleicht auch an regulatorische Themen, wenn Sie in geschlossene Publikumsfonds investieren möchten. Dann ist Thema Ausschüttungs- oder Thesaurierungsorientiert. Was muss da an Klauseln in die Verträge entsprechend mit rein? Die Anzahl der Gesellschafter. Da gibt es Minderjährige, Publizitätspflichten, Stichwort Transparenzregister. Das Thema Internationalität der Gesellschaft, Stichwort Wegzugsbesteuerung. Auch das hier ein sehr relevantes Thema. Also das sind so die typischen Themen, die man durchdekliniert bei der Rechtsformwahl, bei den Vorteilen, bei den Nachteilen. Aber auch das soll nochmal klar gesagt werden. Oft wird zu viel Fokus auf die steuerlichen Aspekte gelegt und dann gehen Themen verloren. Von daher erst die Finanzplanung. Wie viel Vermögen, wie viel Anteil am Ertrag will ich eigentlich mit der nächsten Generation teilen? Was sind notwendige Vermögensteile, die der eigenen Absicherung dienen? Was passiert, wenn nach einer Übertragung einer der Eheleute verstirbt? Was ist mit Behaltensfristen? Also da gibt es unheimlich viele Themen, die man vorher vor der Umsetzung in der Finanzplanung über viele Jahre darstellen kann. Und auch immer hier verschiedene Lebensentwürfe durchstimulieren sollte, bevor man dann de facto die Übertragung vornimmt. Also einige Hausaufgaben zu machen und das sehen Sie hier nochmal dargestellt. Insbesondere die Bestandsaufnahme der Vermögenstruktur. Welche Vermögenswerte sind heute vorhanden? Nicht nur wer steht im Grundbuch oder wer steht auf dem Depotauszug, sondern wer hat es de facto auch finanziert? Stichwort Zugewinngemeinschaft und die Irrungen und Wirrungen, die hier oft bestehen. Wir brauchen die Anschaffungszeitpunkte, Einstandswerte, Verkehrswerte, steuerliche Werte. Das gilt darum, steuerverstrickte Positionen zu erkennen. Vielleicht auch zu sehen, wo hat man hier vielleicht nicht alle Schenkungen in der Familie steuerlich deklariert, wie es die Steuergesetzgebung vorsieht. Und was haben wir natürlich noch als Bindungswirkung, aus letztwilligen Verfügungen, aus vorangegangenen Ehen und ähnliches. Also diese Punkte, die sind zu berücksichtigen, um zu einer Gesamtlösung zu kommen. Also der wesentliche Aspekt wirklich, es ist kein steuerliches Thema, es ist kein rechtliches Thema, es ist kein wirtschaftliches Thema und auch kein rein emotionales Thema, sondern die verschiedenen Disziplinen, die sind zusammenzubringen und dann auf Basis der verschiedenen Argumentationsketten die Lösung zu finden, die im Vergleich zum Aufwand, zu den Kosten und auch zu den Nachteilen die beste Lösung hier bietet. Also wirklich Interdisziplinarität ist hier wirklich gefordert. Und noch dazu sollte man sich auch klar machen, dass es vielleicht aus der Elternperspektive oft gewünscht ist, die Kinder zusammenzubinden über eine gesellschaftsrechtliche Struktur. Dass es aber in vielen Fällen vielleicht besser ist, von vornherein getrennte Vermögen auch zu schaffen, um eben keine Erbengemeinschaften hier zu generieren. Also die Kinder kollektiv hier zusammenzubinden. Also auch da, da gibt es im Vorfeld viel zu diskutieren und das hat wenig mit den steuerlich-rechtlichen Instrumenten zu tun, als auch wirklich mit der Thematik, was möchte ich langfristig für meine Familie haben, wie sollen mögliche Ehepartner einbezogen werden. Dann haben sie wirklich einen Aspekt, wo sie die rechtliche, die steuerliche und die wirtschaftliche und die emotionale Seite zusammenpacken sollten. Also wirklich die Königsdisziplin hier auch in der Finanzplanung. Das erklärt auch, warum die Interdisziplinarität, also die gemeinsame Betrachtungsperspektive aus verschiedenen Disziplinen auf die gleichen Fragestellungen hier so wichtig ist. Wenn Sie dieses Thema interessiert, dann macht es, wie gesagt, auch Sinn, immer einen Teamansatz aus Beratern zu wählen. Ich darf Ihnen ein glückliches Händchen bei Entscheidungen wünschen, vor allem auch keine Schnellschüsse zu tätigen, nur weil mal wieder etwas durch die Presse geistert zum Thema Wegzugsbesteuerung oder zum Thema höhere Bewertung von Immobilien über das Jahressteuergesetz oder weil Sie was zum Thema Vermögensteuer lesen. Also hier wirklich das Thema in Ruhe betrachten, die Finanzplanung vorzunehmen, dann Schritt für Schritt die verschiedenen Ebenen durchzudeklinieren, bevor man dann eine Entscheidung hier auf der Umsetzungsebene trifft. Und bei den Umsetzungsvarianten auch klar zu sehen, wo haben Sie vielleicht Aspekte, die man auch wieder korrigieren kann. Was sind Themen, die vielleicht eher endgültig sind? Welche impliziten Kosten stecken in den verschiedenen Umsetzungsthemen? Von daher, der Aspekt ist klar, es ist komplex, aber ab einer gewissen Vermögenshöhe macht es natürlich Sinn, sich mit diesem Aspekt zu beschäftigen, weil sie eben dann doch hier gute Möglichkeit haben, im Familienfrieden Positives zu bewirken, die jüngere Generation an wirtschaftliche Entscheidungen heranzuführen, das Ganze als Kommunikationspunkte auch zu nutzen, um letztendlich auch hier die Nachsteuer, Rendite des Vermögens und den Erhalt des Kapitalstocks eben auch hier dauerhaft sicherzustellen. Also das war es für das heutige Update. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald. Auf Wiedersehen.